Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe alles verkackt. Nein, natürlich nicht. Ja, schon ein bisschen. Deshalb habe ich hier das ganze Ding abgerissen, um es neu zu bauen. Warum? Ich war einfach unzufrieden. Sagen wir es mal so. Und genau aus dem Grund, weil ich unzufrieden war, müssen wir jetzt ein neues Verteilersystem hier einbauen. Ja, das ist eine gute Frage, wie. Also, erst einmal brauchen wir eine Warteschlange. Ich muss nur gerade überlegen, wie man die baut. War das, glaube ich. Ich habe das alte Teil nämlich abgerissen und das Lager ein bisschen kleiner jetzt gemacht. Erstmal. So. Ähm. Dazu brauchen wir Schienen. Ähm. Diese Schienen. Diese Blöcke, ähm. Das riecht da jetzt nicht wirklich, aber die könnten wir gebrauchen. Das Können wir gebrauchen. Das da. Ähm. Eher nicht erstmal. Hm. Und Soundtuch. Brauchen wir. Und fackeln. Also schön. Moment. Also die kommen hier an. Die kommen hier an. Die kommen hier an. Die kommen hier an. Ähm. Fahren. Hier drüber, würde ich mal sagen. Beziehungsweise so. So. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, wie man so ein Ding baut. Ähm. Ich mache das hier jetzt einfach mit einer Warteschlange. Ich weiß, es wird eine ziemlich langweilige Schlange. So. Und das war die letzte. Ähm. 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 Äh. Ähm. Ähm. so diese schiene diese das ding und das funktioniert natürlich so nicht immer was so um, ja, mhm, uh, redstone block in den Boden so, ja, 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 nein, so, dann zack doch, das war jetzt richtig so, so wie das, 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 und ich kann nicht oft genug das sagen schön, dass wir das jetzt alle wissen so, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das nochmal vonstatten ging so, ihr könntet jetzt vielleicht ein bisschen mal das da durchhören so, wie wir die minecats verteilen muss ich später noch schauen auf jeden Fall brauchen wir diese Türen die kommen so hier okay mega strange gerade finde ich komm, da sind wir da dran das müsste eigentlich funktionieren ähm ja, komm ansonsten könnt ihr mich ja gerne verbessern in den comments ähm ähm nein, das soll ja nicht so sein das soll ja andersrum möglich sein die müssen standardmäßig aus sein das heißt, die müssen offen sein das würde ja strecken wie ja die wird das tun und diese öffnen wobei den ich erstmal zulassen tue hm ich muss gucken so hm hm so nicht äh muss es noch größer werden damit wir das tun können schön dann also noch größer so zack 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 so ähm das würde nicht funktionieren das würde funktionieren das würde funktionieren das würde funktionieren dass es ist etwas dunkel, aber nicht schlimm. Wenn das der Fall ist zumindest. Es ist nicht schön. Es wird gleich heller. Ich weiß, dass ich das gerade als dumm erweisen könnte. Ja, ich habe es befürchtet. Nein, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Ich muss das ganze blöde Ding nochmal abreißen. Na, klasse. Ja, ich muss das jetzt nochmal abreißen und neu bauen. Ja, ja, genau. Aber trotzdem möchte ich hier anfangen. Das heißt, ich reiße alles ab, ab, hier, von da bis den nicht. Da bis. Gute Frage, wohin? Ja, nochmal bis. Da. Mit Luft. Schlupp. Und put. So, die kommen jetzt erstmal alle weg. Äh, weit weg. Weil ich sage das. Ja. Ja, hätte ich vielleicht auch etwas anders machen können, aber habe ich jetzt nicht gemacht, was nichts zu heißen hat. Zwei Blöcken Abstand. Zwei Blöcken Abstand. Zwei Blöcken Abstand. Ja. Zwei Blöcken Abstand. Ja, erstmal packen wir da Blöcke rein, auf jeden Fall der Fälle, dass wir sie brauchen. Okay, dann das da, nicht. Apropos das da, wir müssen das da machen, das brauchen wir und das brauchen wir. Wenn ich das richtig sehe, ich baue jetzt erstmal eins für mich so vor, das müsste dafür sorgen, das müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass ein Eckart da stehen bleibt. Was wiederum heißt, dass Lefackel dahin muss und dass Lefackel dahin. Hä? Bin ich verwirrt? Oder will ich hier so hin? Machen wir das erstmal weg. Das soll geöffnet werden, sobald ein Millicard da ist. Das heißt, es ist standardmäßig zu schwierig, sowas so umzusetzen, würde ich behaupten. Dann setzen wir es eben so um. Ja. Mhm. Gut. Äh, danach kommt dann wieder so ein Ding dahin, würde ich mal behaupten. Und das wandert dann auch wieder da hoch, mit den gleichen Eigenschaften. Eigenschaften, so. Ähm. Ja. Weg, 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 weg. So, ähm, da. Dann stellen wir das mal dahin. Na, komm. Oder willst du dich nicht dahin stellen? Äh, lassen. Müsste es eigentlich wollen. Will es aber offenbar nicht. Okay. Das ist etwas strange. Jetzt nicht mehr. Zack, zack. Zack. Äh, zack. Mh. So. Ich stelle die Fackel das überhaupt an. Wenn da jetzt ein Minecart draufsteht. Müsste es doch eigentlich. Aufgehen. Ja, jetzt. Wirst du mich jetzt veräppeln? Moment. Jetzt. Äh. Äh. Moment! Moment! Okay, das ist ein bisschen creepy. Funktioniert aber. Kann ich das jetzt eigentlich einfach klonen? Ich muss mal gucken. Was mache ich da eigentlich? Es gibt glaube ich eine Möglichkeit das anders zu machen. Ich weiß es gibt eine. Deshalb mache ich das jetzt wieder weg. Jetzt kann ich mal gucken. Soweit ich weiß, gab es eine solche Möglichkeit um das zu tun. Schauen wir mal, was passieren würde. Das Minecraft müsste ja jetzt durchgelassen werden. Ich bin sichtlich verwirrt. Ja, ich bin durchaus verwirrt. Gerade. Weil das wieder nicht funktionieren wird. Ja, ja. Äh. Was passiert denn? Würde das da jetzt einfach durchrasseln? Ja. Das heißt, es muss hier vor dem Abhang geschehen. Oder? Ja. Heißt es. Das heißt auch, dass das irgendwie da eingebaut werden muss. Schwierig. Aber bestimmt nicht unmöglich. Aber wie dem auch seid, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin werde ich es rausgekriegt haben. Ich sage bis zum nächsten Part und tschau Leute. Bis zum nächsten Mal.